Hallo, mein Name ist Eduard. Wenn ihr einen Roborock habt, dann habt ihr vielleicht schon den Fehler 10 gehabt oder habt ihn immer noch. Um den beim Roborock S50 oder S5 oder S6 loszuwerden, müsst ihr eigentlich nur eins tun, ihn komplett auseinander bauen. Ihr müsst wirklich jede einzelne Schraube auseinandernehmen, damit ihr dann am Ende dieses vordere Teil abschrauben könnt. Und dann könnt ihr diesen Filter rausholen, den reinigen oder ersetzen und wieder rein tun und dann wieder alles komplett zur Wachenschrauben. Das ist von Xiaomi wirklich sehr schlecht gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich gerne abonnieren. Vielen Dank.